Präsentiert von Vulcano Brennstoffe Wir sind hier vor unserem Produkt Ecopalix GTM. Ecopalix GTM ist eine Scheitelskassette für die Nachrüstung von alten oder offenen Kaminen, antiken Kaminen. Und GTM, warum? Weil das sind die drei Materialien, aus denen das Produkt gemacht ist. Wir haben unseren Boden aus Gusseisen, wo der Scheitholz hingelegt wird. An den Seiten sehen wir Thermofix, eine Schamotte, die wir in unserem Werk in Friaul in Italien produzieren. Und die Rauchumlenkung ist aus Maniofix. Die Tür ist aus Gusseisen mit einem schönen ästhetischen Glas. Wichtig an diesem Produkt ist zu sagen, dass wir ein Bypass-Ventil haben, das aktiviert wird, wenn die Tür aufgemacht wird. Und aus diesem Grund kommt dann der Rauch, der Verbrennung nicht in den Raum, sondern wird automatisch durch den Schornstein geleitet. Interessant an dem Produkt ist auch, dass das Produkt in drei Leistungsversionen erhältlich ist. Angefangen bei 9 kW bis hin zu 13 kW. Und bei diesem Produkt haben wir die Möglichkeit, entweder das als Kassette ohne die Warmluftkanäle zu installieren. Also einfach die Kassette in den offenen Kaminen rein. Oder aber mit einem Zusatzventilator, was hinten am Produkt gebaut wird, für die Frontalbelüftung. Bei Neuinstallationen kann man auch mit einem zusätzlichen Ventilator, was unterhalb des Produkts installiert wird, die Warmluft durch mehrere Räume kanalisieren. Zur optimalen Verbrennung haben wir hier eine Primär- und Sekundärluftsteuerung. Und wichtig ist auch, dass man mit diesem Produkt die Primärluft von außen her zugeleitet werden kann.